Ketzer der Neuzeit, die machen geile Videos, Bro. Let's do it, man, Alter. Am Ende interessieren sich die Mädels doch nur für meinen Impfstatus. Oder vielleicht auch nicht. Das Ding ist halt, ich bin ungeimpft, ne? Und wollt halt fragen, ob das für dich klar... Egal, ob man geimpft ist oder nicht. Also, ich bin da... Ja, also... Das sind also Schwurbler hier. Das sind also anscheinend Schwurbler. Querdenker, Digi. Ich bin selber geimpft, aber ich bin zogen geworden. Was, was? Ich bin selber geimpft, aber ich bin zogen geworden. Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimmt Kontrolle. Ketzer der Neuzeit, Digi. Die machen geile Videos, Bro. Es gäbe nur ein Problem. Ich bin leider ein Ungeimpfter. Wär das ein Problem? Oha. Ach ne. Das bringt doch alles nichts. Der Leo, Digi, ich feier den. Ich kenn den auch. Der war mal bei mir in einem Video dabei. Für die Leute, die den nicht kennen. Der war mal in einem Video von mir dabei. Mit seiner Mom und so, da hab ich den so umfragemäßig befragt. Und mittlerweile macht er selber so ne Umfragen und Straßensachen. Und hat auch gesagt so, dass ich auf jeden Fall dazu inspiriert hab. Und deswegen, let's do that man, Alter. Am Ende interessieren sich die Mädels doch nur für meinen Impfstatus. Oder vielleicht auch nicht. Genau das werden mein Kumpel Aaron und ich heute in der wunderschönen Stadt Graz herausfinden. Und werden die Mädels mal nach einem Valentinstate mit einem Ungeimpften fragen. Mal sehen was draus wird. Eine Frage hätten wir einmal kurz an euch. Das ist sehr gut. Die Frage lautet nämlich, ich hol euch einmal kurz wieder ein. Genau, folgendes ist nämlich die Frage. Also, wir haben ja bald Valentinstag. Und da suche ich nämlich gerade noch ein Date für den Valentinstag. Wir können auch gerne das Tempo beschleunigen. Kein Problem. Auf jeden Fall geht's nämlich darum, ich bin leider Single oder zum Glück Single. Für mich nicht. Beide nicht Single. Das gibt's ja gar nicht. Aber auch gut für euch, schlecht für mich wiederum. Ich bin nämlich bisher leider nicht geimpft. Ich bin ein Ungeimpfter. Ich gehöre aus der Gruppe an, die ausgeschlossen gehört. Wie findet ihr das? Ist uns egal oder mir ist es egal. Also die Liebe, die steht in allem. Ob du geimpft bist oder nicht. Los, ja? Graz, wo ist denn Graz? Ist das Schweiz oder was ist das? Ist das Schweiz oder ist das Graz? Wo ist denn Graz nochmal? Sogar in Deutschland, ne? Die Scheiße. Lost Lock. Ignoriert diese paar Sekunden. Ah ne, doch Österreich. Okay. Kann ich das einmal kurz probieren mit dem Ball? Weil ich sehe das immer im Internet, dieses Spiel. Aber ich habe es noch nie probiert. Ja, ich bin fertig. Ja, es ist eh fast fertig. Okay, okay. Ich bin... Ist eh fast fertig. Ich brauche erstmal und lerne, ja. Monkey Sea, Monkey... Krass, gehen die sogar genau in die Stadt, wo fucking Impfpflicht ist, ne? Das ist ganz einfach. Ey, warte mal ganz kurz. Warum ist in Österreich... Warum laufen die da mit T-Shirt rum? Ist in Österreich wärmer als bei uns, oder was? Kameramann ist der... 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 Genau. Aber ihr seht mich gar nicht eigentlich. Der ist gar nicht da. Ganz, ganz wichtig. Genau. Ich suche jetzt für den Valentinstag ein Date. Es gibt nur ein Problem, also... Love it out, man. Das Ding ist halt, ich bin ungeimpft, ne? Und wollte halt fragen, ob das für dich klar... What? Oder ob du quasi nur gedate impftest. Oder ob du quasi nur gedate impftest. Ob du nur gedate impftest? Uiuiui. Sehr schön. Habt ihr irgendwelche Beschränkungen? So 2G, 3G? Oder darf ich einfach so mitmachen? Habt ihr irgendwelche Beschränkungen? So 2Drehen, denke ich. Fühl ich. TVPunisher, danke für den Abo. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support, Bro. Heutzutage, dass du sowas noch erleben darfst, du. Ja. Einfach mal ohne Maßnahmen, ohne Regeln. Meist du, ist direkt mich hier. Shared uns Donett. Genau, genau. Ja, nein, eher mich. Okay, aber cool für deine offene, ehrlichste Meinung. Auf jeden Fall, schade. Dann muss ich halt abziehen und machen mit deiner Kollegin weiter. Bist du immer noch am Telefonieren? Okay, bist du immer noch am Telefonieren? Ja, ist halt die Frage, ne? Ja, ist halt die Frage, ne? TVPunisher hat nochmal 500 Bits da gelassen. Ui, skrrr. Danke für den Support, Bro. Eben ungeimpft ist, ob man jetzt noch ein Date bekommen würde mit hübschen Frauen, die man... Ja, ist halt die große Frage, ne? Aber leider, ja, es ist schwierig. Alles ganz schwierig heutzutage. Hi. Hi. Eine Frage. Du siehst irgendwie attraktiv aus. Ich würde dich gerne fragen, was machst du am... Richtig gut geschauspielert, Digi. Am 2. Valentinstag. Hast du schon da was vor? Wahrscheinlich mit meinen Mädels fortgehen. Mit meinen Mädels fortgehen. Auch ne gute Idee. Aber ich frag mich halt eben, ob du mit dem Ungeimpften auch auf ein Date gehen würdest, weil ich halt quasi, ja, zu den Ausgeschlossenen gehöre. Ja, na, das ist mir komplett egal. Ja? Echt jetzt? Okay, krass. Also quasi dann ist es nur die Frage, ob du quasi mich mögen würdest, auf mich stehen würdest und so weiter. Klar, aber halt nicht schon mal der Impfstatus. Ja, der Impfstatus hat damit nichts zu tun. Also ihr würdet Ungeimpfte auch... Okay. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Das ist nett. Ich kann's... Ich kann's nicht sagen. Okay, also du wärst für ein Valentins-Date bei einer Impfstraße sich vereint, zu boostern so als Liebesglück. Äh, was, Nico magst du... Zu boostern als Liebesglück. Geil. Hallo, Nico. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr zusammen seid oder nicht, oder... Ja, das ist einmal. Das war frei. Ah, das ist deine Freundin. Ja, scheiße. Okay, gut. Natürlich, das ist schwierig mit dem Date. Dann habt ihr wahrscheinlich dann ein Date, nehm ich mal an. Ja. Aber bist du schon denn geimpft, oder? Zweifach geboostert? Ja, sicher. Ach so, weil ich bin schon vierfach geboostert und eventuell... Würdest du ja lieber mit mir ein Date haben wollen, weil ich bin schon öfter geboostert als er. Leider eh nicht so. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Guten Tag, der Hund. Wuff, wuff, wuff. Entschuldigung. Guten Tag, die Damen. Guten Morgen. Wir haben eine Frage an euch beide, nehm ich. Es ist ja bald der sogenannte Valentinstag, wo man sich ja mit seinem Liebsten ja quasi treffen sollte. Leider haben wir beide keinen Liebsten. Jetzt ist an euch die Frage, was macht ihr am Valentinstag? Habt ihr schon irgendwas vor? Es gibt nichts vor, ne? Du hast nichts vor. Nein, ich hab nichts vor. Du hast jetzt schon mal eigentlich eine gute Nachricht. Und du? Ja, noch nett. Wir haben beide nichts vor. Okay, super. Also er hat beide ein... Zertifikat, wollte er grad sagen. Ey, aber das sind süß die beiden. Wir können quasi, ich treffe dich um 15 Uhr und dich um 16 Uhr. Ja, ich war aber ein Freund. Also nichts vor, aber ein Freund. Dann soll der dich aber mal einladen. Na hör mal. Hallo, servus. Oh, shit, ne? Auf jeden Fall. Perfekt. Schön, dass du quasi auch sagst, du würdest auch mit jemandem, der nur zwei Impfungen hat dich da. Das ist cool. Ja. Der nur zwei Impfungen hat. Dann alles klar. Aber warte, ciao. Aber ich muss auch da in die Richtung gehen. Also wir gehen in die gleiche Richtung. Pass schon. Genau. Jawohl. Na, warum rette ich die? Ah. Okay, passt. Ja, da war der Reflex da. 3-1, wa? Bist du nicht der Ketzer der Neuzeit? Ja, tatsächlich. Bist du nicht unimpft? Ja, ja. Also... Ist das dann nicht irgendwie... Also, findet sie das okay? Ich hab denen das vorher gefragt sogar. Ach so. Ja. Ey, uah. TV Punisher hat einfach fünf Abos auf süß einfach so rausgefetzt. Thank you very much, man. Danke für den Support. Hau mal ne Faust rein. Community, bedankt euch mal. Bedankt euch bei dem Bruder TV Punisher für den Support. Er hat fünf von euch einfach so ein Sub geschenkt. Thank you very much, man. Weiß ich, das hier im Park haben wir in Berlin halt die 2G-Regel. Einen guten Tag. Möchtest du darauf Hinweisen kurz einmachen? Es gilt hier in öffentlichen Plätzen eine sogenannte 2G-Verordnung. Und eben eine... Ich bin nur gegeben für und für Buster. Deswegen hab ich euch vorher halt gefragt. Aber ist das okay für euch so? Ich hatte letzte Woche schon gewonnen, also. Ah, okay. Bist durch mit dem Thema. Sehr gut, sehr gut. Von euch aus ist es okay. Ich weiß nicht, dass das so unsolidarisch ist, weil das nicht impfen muss. Also... Na dann. Ja. Also sowas hab ich noch nie erlebt. Was war das denn? Es gäbe nur ein Problem. Ich bin leider ein Ungeimpfter. Wäre das ein Problem. Also hätte ich das kein Freund. Na, kein Problem. Na, ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also quasi, ich würd sagen, Liebe geht über alles und man darf auch Ungeimpfte noch heutzutage dann daten. Ja. Das ist okay, ja? Grob gesagt. So ist es egal, um ein Game zu sein oder nicht. Also ich bin da... Ja. Das sind also Schwurbler hier. Das sind also anscheinend Schwurbler. Querdenker, Digi. ...anscheinend für freie Liebe steht, dass man jedem Menschen, also... Ihr seid sozusagen auch gegen Ausgrenzung. Schon. Boah. Das ist aber wirklich, also... Also ihr seid gegen Ausgrenzung von Menschen? Ist das was Schlimmes? Geil, Digi. Voll provokant, ne? Da kommt ganz drauf an wem man ausgrenzt. Wenn man die Richtigen ausgrenzt, dann ist das super. So sieht's aus. Also der Staat definiert eine Gruppe, die ausgegrenzt gehört und dann muss man einfach ausgrenzen. Ganz genau. Ah, ist klar. Okay. Genau mein Hummer, Digi. Wichtig, ob euer, ja jetzt eure Beziehung, der Freund oder einfach nur die Freundin, ob die geimpft ist oder nicht? Nein. Okay. Das war doch ein klares Nein. Das ja heutzutage muss man sich erst mal trauen. Ich bin auch... Auch nicht geimpft, okay. Hast aber gut durchgehalten bisher. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Stabil. Na gut, dann wünsch doch einen schönen Tag. Ebenfalls. Danke, ciao. Ihr würdet sagen, ihr würdet sogar mit einem Ungeimpften auf ein Date gehen? Natürlich. Wow, Wahnsinn. Sehr gut. Wärt ihr sogar lieber? Ja. Stark. Okay, liegt's daran, weil wir ungeimpft sind? Jetzt schon, ja. Jetzt haben wir euch einen Grund gegeben. Das ist natürlich dann ganz... Okay, dann probieren wir uns beim nächsten Mal nochmal geimpft. Ich bin auf jeden Fall schon vierfach geboostert. Und du? Ja, ich bin tatsächlich ungeimpft. Du bist... Der ist ungeimpft? Also ich bin vierfach gewustert. Also... Ja, ich bin ungeimpft. Ganz klar, ich bin ungeimpft. Gibt's doch schon mal einen Corona-unfreundlichen Handschlag bei dir auch? Die... Ungeimpft. Den Leo feiere ich am meisten, ja. Den Linken mit dem Zopf. Ey, Wahnsinn. Wir waren ja auch zuerst gegen Impfung, ehrlich gesagt. Also nicht wirklich gegen Impfung, aber wir wollten uns einfach nicht impfen lassen. Seid ihr beide schon zusammen an Valentinstag verabredet? Ja. Gut, dann hat mich sehr gefreut. Wir haben heute die Frage, ob ihr mit ungeimpften auf ein Valentinstag-Date gehen würdet? Ja, why not? Das ist schon sehr unsolidarisch, oder nicht? Ja, wirklich nicht. Weil die Ungeimpften gehören doch ausgeschlossen. Nein. Solange sie getestet sind, finde ich's okay. Das können wir da vorne machen. Wir haben's probiert da drüben bei der Teststelle. Wir suchen einen Valentinstag-Date noch am 14.02. und würden sogar mit dir uns eventuell boostern gehen als ein Date. Na, danke. Aber es wäre eine romantische Idee. Nein, ich arbeite an dem Tag. Ein Booster-Date, Diggi. Ah. Dann können wir uns direkt ja testen, eventuell. Weil wir haben erst den... Witzigste. Ja, nein. Nein, das ist der Witzigste. Das ist ein Schwurbler. Das ist solidar. Und deswegen wollen wir das auch wirklich durchziehen. Also wir suchen jemanden. Vielleicht auch mit ihm da hinten. Wenn er schon... Hey, Baby, wirst du impfen gehen? Ich finde, der Bruder übertreibt manchmal ein bisschen mit seiner Rolle so. Aber ansonsten nice auf jeden Fall. Das ist ein Schwurbler, Diggi. Genau, wir gehen uns boostern gemeinsam. Baby, lass uns boostern. Heute die ganze Nacht. Die vierte? Früher, du kriegst die ganzen Muskeln zu. Ja. Wie bei F*** auch psychischer Druck, warum man sich dann am Ende impfen lässt, sozusagen. Damit man nicht ausgeschlossen wird. Naja, ausgeschlossen und sie immer gesagt, dass wir uns impfen lassen sollen. Und sonst, ja. Ja. Ja, das ist krass, dass es heutzutage einfach nichts mehr mit einer richtig freien Entscheidung zu tun hat, wa? Der Mensch gegenüber, mit dem ihr euch trefft, ist also geimpft oder ungeimpft oder nur was dazwischen. Egal. 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 Stark. Ich bin selber geimpft, aber ich bin zogen geworden. Ja. Das zweite Wort nicht mehr verstanden. Was hat er gesagt? Ich bin selber geimpft, aber ich bin zogen geworden. Egal. Was? Ja, das ist krass, das ist heutzutage. Also geimpft oder ungeimpft oder nur was dazwischen. Egal. 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 Stark. Ich bin selber geimpft, aber ich bin zogen geworden. Ich bin selber geimpft, aber ich bin zogen geworden. Ah, das ist diese Back, das ist dieser Akzent. Selber geimpft, aber zogen geworden. Ich habe heute nicht mehr verstanden, aber die Nachricht kommt. Generell, wenn es möglich gewesen war mit der Ohrwatt, dann war ich wahrscheinlich auch einer ungeimpft. Das sind diese freien Entscheidungen heutzutage. Das sind Entscheidungen, die sie uns weggenommen haben. So sieht es nämlich aus. Da habe ich mich extra jetzt vierfach Booster lassen, um eine Chance zu haben bei den hübschen jungen Damen hier. Also ich habe schon schreckliche Sachen gehört, die gehören eingesperrt, wegen denen verbreitet sich das ganze Virus, obwohl das natürlich nicht stimmt. Das meint sich ihr Ego, so um irgendjemanden in die Schuhe zu fielen. It's safe. Real talk. Los du selber nicht. Immer die anderen. Es sind immer die anderen. Immer die anderen. So sieht es aus. Ja cool, dann sehen wir uns am 14.02. wieder. Hat mich sehr gefreut. Für ein Date auf jeden Fall. Ja, super, super. Das ist der Corona-Handschlag. Genau. Ich bin geimpft, aber ich heutzut die Ungeimpften. Ja, das nenne ich doch mal aus. Stark, Junge, stark. Ich küsse dich jetzt. Ihren Mann in die Kommentare habe ich gehört. Das ist sehr gut. Dann haben wir ja eventuell Zeit für einen Kaffee. Das ist ja optimal. Ich glaube, wir werden nicht. Glauben sie nicht. Also bin ich wahrscheinlich zu alt für sie. Ja, genau. Daran liegs, ja? Aber Alter spielt heute doch keine Rolle mehr. Ja, ja, ja. Du bist auch ungeimpft. Das darf man aber nicht so laut sagen heutzutage mehr. Aber ich bitte. Ist doch so. Ja, am liebsten würde ich mal tätowieren lassen. Aber die Menschen müssen doch ausgegrenzt werden. Geil. Am liebsten würde ich mir das tätowieren lassen. Aber ey, ist in Österreich nicht Pflicht? Ja, das stimmt. Wir sind doch solidarisch geworden. Ja, ja. Grenzen sie aus, die Menschen. Also, okay. Schade, dass du schon einen Freund hast, aber du hast noch keinen Fall. Aber du bist noch ein bisschen zu jung wahrscheinlich für mich. Ich bin schon 24. Wahrscheinlich Schwierigkeiten damit. Aber noch 22. Ja, manchmal bin ich auch 32. Das kommt immer auf die Uhrzeit an. Das ist wie mit der Politik. Da gibt es jeden Tag neue. Nein, ich kenn nicht. Da war's knapp, Bruder. Sie geht's. Let's gut, Bruder. Vor allem ich in der Gastro. Was du? Ich muss Leute überprüfen. Auf ein... Wir waren der Brother. ...auf die Uhrzeit an. Das ist wie mit der Politik. Da gibt es jeden Tag neue. Nein, ich kenn nicht. Da war's knapp, Bruder. Sie geht's. Let's gut, Bruder. Vor allem ich in der Gastro. Was du? Ich muss Leute überprüfen. Auf einem QR-Code. Ob ich sie jetzt zum Tisch begleite. Einfach der Gedanke ist so weird. Ja, also es kippt ja überall grad schon in Tschechien, in Ungarn, in Polen und so weiter in England. Wir sind ja so die Einzigen. Also wir sind die Geisterfahrer und sagen, alle anderen fahren in die falsche Richtung. Aber wir fahren in die falsche Richtung. Da ist ja genau, da ist ja wieder der Valentinstag am 14.02. Deswegen am 12.02. werden die Regeln gelockert. Dann können wir beide ein Café trinken gehen am 14.02. Da lade ich dich sogar ein. Da lass ich mich nicht lumpen. Über die Nase. Sehr gut. Wollt ihr nicht, dass man Ärger bekommt. Würdet ihr mit einem Ungeimpften auf ein Valentinstate gehen? Ja. Ah, okay. Da kommt einfach nicht rein. Okay. 2G Nachweis. Ah. Wir können trotzdem gerne auf ein Café gehen. Aber wir machen ein YouTube-Experiment. Das ist der Kameramann da vorne. Wunderbare Menschen kennengelernt. Naja, keine Pflicht. Diskutieren gerade wieder wegen Abschaffung. Ah, das ist so unnötig, Bro. Die hatten das beschlossen ab irgendwann im März, glaube ich, ne? Werden dann die Briefe rausgeschickt, dass du den Termin machen musst und so. Und jetzt lockert die ganze Welt schon wieder. Und die müssen jetzt dann auch mitziehen. Digga, das ist doch alles. Ich habe schon vor ein, zwei Wochen gespürt, dass es jetzt demnächst zu Ende gehen wird und mich auch null mehr mit dem Thema beschäftigt. Zieht nur runter. An den gesunden Menschenverstand der Menschen, so, da habe ich das Vertrauen verloren, Bruder. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Und die Politik sowieso schon. Klabautabach it out, man. Mit welchem Impfstatus. Wahnsinnig spannend gewesen. Abonniert auf jeden Fall den Leo, den Ketzer. Ey, aber schöne, schöne Stadt, ne? Graz. Und auch mich, den friedvollen Krieger. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mit dem Code gedated10. Oder ob du quasi nur gedated impftest. Spart dir nochmal entspannte 10% auf ketzerderneuzeit.com. Mit einem Kauf unterstützt ihr direkt die Arbeit hinter diesem Kanal. Und damit sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Soll ich mit dem Bruder mal einen Talk machen, Diggi? Ich glaube, ich mache mit dem auch mal einen Talk. Mein Name ist Le. Der geht jetzt demnächst nach Costa Rica. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Aber wenn nicht, machen wir es schon in Costa Rica. Ciao, ciao. Klickt jetzt gerne auf das obere Video, wenn ihr erfahren wollt, was passiert, wenn man Genderstudenten anspricht oder auf das untere, wenn man gefälschte Corona-